Sie wollen im Notentext Ihre persönlichen Fingersätze, zusätzliche Artikulation, Dynamik und Bemerkungen ergänzen. Sie wollen das entweder freihändig oder mit dem Apple Pencil tun, Texte mit der Tastatur schreiben und beim Ergänzen sogar auf den echten Handy-Notenfant zurückgreifen. Sie wollen Ihre Eintragungen Ihres Schüler oder Kollegen verschicken oder die Noten mit diesen Eintragungen ausdrücken. Dazu existieren nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Schauen wir sie näher an. Wenn Sie Annotationen machen, erstellt die App automatisch im Hintergrund eine Kopie der Noten. Der originale Text bleibt Ihnen unverändert erhalten. Um den Annotationsmodus zu öffnen, halten Sie einen Moment lang die Mitte der Notenseite, tippen Sie mit dem Apple Pencil oder tippen Sie auf das Stiftzeichen in der Menüleiste oben rechts. Der Haken auf der linken Seite des sich nun öffnenden Pop-Ups zeigt Ihnen an, in welcher Kopie oder Layer Sie sich gerade befinden. Sie können beliebig viele Kopien erstellen, zum Beispiel eins für jeden Schüler, der ein bestimmtes Stück lernt. Wenn Sie den Namen einer Kopie nach links ziehen, können Sie sie umbenennen oder löschen. Benennen wir diese Kopie Marias Klavierstunde. Aktivieren Sie eine Kopie, um sie zu bearbeiten. Sie können sogar Ihre Annotationen mit anderen Handy-Library-App-User teilen. Das kann besonders wertvoll sein, wenn Sie mit Schülern oder Kollegen zusammenarbeiten. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol. Sie können Ihre Eintragungen beispielsweise per E-Mail schicken. Auf einem iPad können Sie Ihre Version mit anderen Apple-Devices im selben Netzwerk oder über AirDrop teilen. Der Empfänger muss nur die gleichen Noten im Handy-Store erworben haben. Sie beenden den Annotationsmodus, indem Sie oben rechts auf das Feld Fertig tippen. Im Annotationsmodus können Sie die Seite scrollen, indem Sie mit zwei Fingern ziehen. Mit zwei Fingern können Sie auch die Notenseite vergrößern oder verkleinern, um Ihre Eintragungen genauer zu positionieren. In der obersten Seite finden Sie sieben verschiedene Optionen zur Annotation der Notenseite. Die ersten vier sind Ihre Stifte in unterschiedlicher Schreibstärke, von sehr dünn bis zum Marker. Wählen Sie einen Stift und eine Farbe aus, dann können Sie mit dem Finger oder mit dem Apple Pencil schreiben. Achtung, jedes Mal, wenn Sie Ihren Finger oder Stift vom Bildschirm aufheben, haben Sie ein eindeutig definiertes Zeichen gemalt. Zusammengesetzte Zeichen, wie zum Beispiel zwei Linien für eine Crescendo-Gabel, sind für das Zeichenprogramm zwei Einzelzeichen. Wollen Sie diese zusammengesetzte Zeichen löschen oder ändern, sind deshalb zwei Schritte nötig. Zeichnen wir hier zum Beispiel ein Crescendo. Mit dem Radiergummi können Sie Markierungen wieder löschen. Sogar Fingersätze vom Herausgeber können gelöscht werden. Keine Sorge, die ursprünglichen Fingersätze bleiben erhalten. Wenn Sie eine professionelle Typografie bevorzugen, können Sie auf eine große Auswahl des originalen Handy-Notenfants zurückgreifen. Dynamik zeichnen Fingersätze bis hin zu Ornamenten. Diese Zeichen finden Sie ganz unten. Ziehen Sie die Zeichen einfach in die Noten. Im Gegensatz zu gedruckten Noten können Sie die Farbe Ihrer Annotationen nachträglich ändern. Tippen Sie auf dieses Zeichen und dann eine Annotation auswählen. Dann eine neue Farbe. Mit dem Text-Tool können Sie Text eintippen. Fügen wir ein Retardando hier ein. Sie können sogar Smiley und andere Emoji direkt in Ihre Noten schreiben. Wir hoffen, Sie werden sich über die vielen Optionen Ihrer Noten mit Ihren eigenen Anmerkungen zu versehen und Sie zu teilen sehr freuen. Viel Spaß beim Üben.